Hallo und herzlich Willkommen bei Toy Sausiers. Elina, ne. Ein anderer Mensch hat, ein anderer Leute, hat mich gejointed und wollte mir mithelfen. Ich gehe jetzt mal zu den 2 Planen. So, das ist unsere, das ist schon mal hier. So, wir gehen hier hin. Da, wir haben hier aufgehört. So, dann machen wir hier weiter. Wollen Sie nicht mal sprechen? Sprechen Sie! Warum? Reden Sie! Reden Sie! Rede doch! Ah, aber alles wird jetzt zerstört. Der erste Panzer ist weg. Der zweite Panzer ist weg. Der dritte Panzer ist weg. Der vierte Panzer ist weg. Genau, jetzt. Der fünfte Panzer ist jetzt weg. Der sechste Panzer ist weg. Der sechste Panzer ist weg. Der ist weg. Der ist weg. Der ist weg. Vonnen! Ja, 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 ja! Und jetzt packst du deine. Okay. Okay. So, wir nehmen jetzt ein 39. Cooler Panzer, aber fliegen und panzern. Hallo? Ich glaube nicht. Ah, ja. Genau. Was ist? Ja. Alles gut. Okay. Man hört dich. Was ist denn ein kleiner Kind? Sag doch was. Kleine Kinder, aber wir müssen spielen. Erlin. Erlin. Wie heißt du denn? Wie heißt du? Baby! Wie heißt du? Ich weiß nicht. Wie heißt du? Erlin. ErlinL. Wie heißt du? Ich kann das nicht, als Lars. Nein! Ich habe das nicht, als Lars. Ich bin Karl. Ich bin ein 4 in 12 und es ist dein. Okay, der heißt Karl. Ja, genau. Ich bin Karl. Okay, aber wir werden komplett realisiert von den Pappen. Wir werden es verlieren. Drei, vier Panzer! Ne, drei Panzer und eins. Ja, genau. Wir gehen zurück! Ja, dann gehen sie zurück und wir sind weg. Oh, wir haben verloren. Welche noch war ich? Ach, ich war gerade. Geh weg! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Geh gut, du warst weg! Ich wusste, du warst weg! Ich bin doch schon weg! Au, das war doch nicht so. Warte, du dich! Warte kurz! Gleich kannst du machen. Gleich kannst du an. Ja, da habe ich etwas Gutes. Nein! Ich dauere eine Spur. Nein! 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 Blackjack. Nein! Biggun! Nein! Schauch, ich schaust sie ja. Ich tu ihn nicht! Nein, das hier. Das und das. Und noch das da. Danke. Wo ist ein Glas hier? Das ist kein Glas, sondern ein Würfel. Aber es geht auch für ein Glas mit denen. Genau. Es wird auch kalt mehr. Ist das nur blöd? Halt, ich bin doch kein Gelene, sondern der Halt. Okay, dann würde ich doch warten. Das war's nicht so viel. Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Ich werde auch mal Glas verkaufen. Als ich mehr Glas gemacht habe ich mehr Glas gekauft. Aber da kann ich was vieles. Immer. Ich brauche nicht mit meiner Pistole dein Ohr. Mach da oben eine Pistole jetzt. Bist du fertig? Ja. Na, endlich. Dann können wir starten. Wir probieren jetzt nochmal. Hey, ignoriert einfach, was im Hintergrund ist. Aber wir verlieren nie wieder. Ja. Nur ein Panzer? Ja, ich weiß schon. Ein Panzer auf einem. Ich bin weg. Ein Panzer hat uns nur zerstört. Der Panzer ist weg. Der Panzer ist weg. Der Panzer ist weg. Drei. Drei. Zwei. Und eins. Und eins. Drei. 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 Mit den Würfeln! Wie kannst du deine Würfel kriegen? Ach, ich mach das auf meiner. In der Serie. Wenn du sie nicht hast, kannst du dich kennenlernen. Ihr könnt, könnt du die Idee kennenlernen. Wolle mich an ein neues Spiel! Karl, bitte hau! Warum hast du noch ein Bommel rein? Kannst du eine Bommel rein? Geh jetzt! Hör auf! Geh rein! Danke für dein neues Spiel! 3 2 1 2 2 Wir müssen jetzt gleich reinmachen! Ja, klack! Ja, klack! Oh, er kann es mal nach! Aber den kann doch ganz kaputt machen! Den Panzer! Elin, mach doch mal kurz mal hier! Es gibt auch noch einer! Elin! Mach das jetzt gar nicht! Ja, wo können wir nicht da hingehen? Elin! Wo können wir nicht da hingehen? Geh einfach rüber! Kann ich nicht! Guck! Dann geh einfach hier rüber! Ja! 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 Hey, gerade können wir nicht gucken, ob man dahinten zu war. Aber das ist nicht groß. Warum sind die Gras noch viele Brot? Wir sind klein und warum sind die Gras die Brot gehauen? Kannst du mir das nicht? Sieht aus wie ein Minecraft. Du hast einen Vlog gemacht wie ein Minecraft und ein Buch. Du brauchst ihn. Inhoferne Mangan. Was ist anders? Inhoferne Mangan. Warte kurz, hier kurz das Flo, ok Ladies? Ich glaube, das ist ein Buch. Ich habe eine Leitung. Ich habe eine Leitung. Ich habe eine Leitung. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Okay. Vielen Dank. 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 Okay. Okay. Aha. Sag doch mir. Okay. 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 Dann save ich es. So. Immermals. Das kommt. Den Helikopter? Wie viel HP? Geht das fort? No. Geht das? Geht der Nacht? Geht der Nacht? Geht der Nacht? Ja, weht der Nacht. Manu, kriegst ihr doch mal Waffe. Waffe, kriegst du doch Waffe. Noch die Ablenkungen sind da und Linas schwachen Mann. Er hat ja noch viel HP. Ich weiß nicht, warum das sie eigentlich... Ich weiß nicht, warum die Ablenkungen sind. 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 Das war heute für das Video. Ich hoffe es hat euch gefallen. In Toy Soldiers. Lasst ein Like da, ein Abo da oder ein... Ja, ein Like da und ein Abo da für... Für... Um mehr Videos zu machen. Heißt, ich mache nicht ein Video oder zwei Videos, sondern direkt drei Videos. Ich hoffe es hat euch gefallen. Like da und... Like da und abonnieren da was. Tschaui.